Juhu! Haha! Auf zum Schatz am Silbersee! Auf geht's! Ach, die ist doof anzufahren. Wie ernst, wenn ich so steil wäre, hätte ich ja versucht. Achso! Kleines Abenteuer hier! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Untertitelung. BR 2018 So, wo geht das jetzt hier runter? Ach hier. Egal. Bloß nicht absetzen. Bäm. Bäm. Nein. Da hätte ich eigentlich runtergemusst. Habe ich aber nicht gesehen. Dann war es halt der. Auf ein neues. Da muss ich rein. Schön. Schön. Auf zum Schatz am Silbersee. Schauen wir doch mal, was es hier oben gibt. Der Blick auf den Silbersee. Da ist er wieder. Der Weg hat sich dann aber auch nicht belohnt. Oh ja. Auf weia. Hier geht es aber mal mächtig runter. Ich habe einen Steinbruch gefunden. Der Steinbruch am Silbersee. Oh, hier darfst du auch nicht runterfallen. Guck dir das mal, ne? Okay. Okay. Juhu. Warte mal andersrum. Warte mal andersrum. Dann sind wir wieder. So, also umdrehen. So, also umdrehen. Wir wiederholfen. So, wir warten. Wir warten. Wir warten. Schleifft. Wir warten. Warte mal andersrum. Wir warten. Wir warten. Ich hatte alles. Wir warten. Jetzt. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Ich habe Mariengeber in mir sehen, das Fahrrad war eben schon sauber.